Wie ihr seht, es geht weiter mit der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir überspringen erst und gehen direkt rein. So. Jetzt sind wir wieder zurück im Venture-Dorf hier am Start. Wir haben, glaube ich, einen neuen Auftrag von diesen Udam-Typen. Aber ich wollte mal kurz auf die Karte gucken, ob wir noch einen anderen Auftrag hätten. Udam-Heimat, das könnte man natürlich auch noch machen. Äh, Isida-Heimat, Feuerkreis, Isida, ja, den Bären. Ich würde sagen, wir gehen erst mal zu diesen Kollegen hier und holen uns den Auftrag ab. Und was der uns zufrieden hat. Na, wo ist er? Ah, da kann man erst ausbauen. Ausbauen. Dancing. Kommt jetzt wieder. Okay, er freut sich einfach nur. Einer von uns. Einer von uns. Let's go. Ab zum Auftrag. Einer von uns. Oh, das Charg-War. Ah, Kapalpur. Galaita. Scheiße! Was ist hier los? Nice Na qae da hae ta Na qae da hae ta Chorsch tam han Yakikata Udam Charta su Magish yaka Shas Ghan hi Ghan hi Du da Shas ghan hi wainam ich würde sagen das machen wir direkt oder können wir auch noch etwas verbessern nix gescheites eingeweihte Tasche machen wir das mal hier zack wo ist denn der gute Auftrag okay das geht dann sehen wir uns wenn ich beim Auftrag bin von so ich glaube wir sind in dem Bereich angekommen wo wir was machen müssen wir laufen heute einen Knochenstaub das heißt markiere den Udomheiler der den Knochenstaub für da herstellt ich würde mal sagen wir nehmen mal ein ruhigeres Tier mit weil der Bär ist doch ein bisschen zu auffällig wir essen hier Schleichen kein Schleichmagger dabei kein Schleichtier aber wir holen mal den Blutfang Seeblitzer das haben wir ja nicht nur sonst gut wollen wir mit der Eule mal ein bisschen spektaten hier ist es so hell warum ist das so hell ich sehe gar nichts als ob da nur so ein paar sind da ist auch noch einer guck dir das mal an hier da läuft da auch noch einer das sehe ich doch von hier guck mal zack da sind tausende noch tschüss oh da bin ich in die Hand geflogen ich wollte angeweiht noch mal starten so ja auf ihn zack gute Nacht gute Nacht sage ich dazu noch Nagenbogen was machen wir jetzt rauf da mein Freund oh ne hier können wir Suthkling hier guck mal zack Taktion ruhig 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 wir bleiben verdeckt wir versuchen ein bisschen verdeckt zu bleiben wir bleiben erstmal verdeckt wir gehen das an aber das sind nicht so starke ne kann er da hin dann schicke ich ihn da erstmal rüber dann schicke ich ihn da erstmal rüber dann schicke ich ihn da erstmal rüber ja sieht gut aus hier ist noch einer hier holen wir uns gleich mit dem Bogen zack da haben wir da noch einen holen wir uns im Bogen zack das ist doch überragend bisher wo ist mein Viecher eigentlich er sieht mich auch schon da hin alles geht jo er fällt einfach runter oh was einfach tot hä ich check gar nichts er ist einfach wieder da zack auch weg ganz gediegen machen wir das hier ganz gediegen oh das war nur ein Hit das war einfach nur ja das war zu wenig Pfeil anzünden Pfeil anzünden wenn die mir hier schon gesehen wurden oh nein hey stopp alter was ist hier jetzt los dann fliegt man alles alleine oder was dann fliegt man alles alleine oder was dann fliegt man alles alleine oder was wo sind wir denn hier gelandet das brennt doch alles da ist noch einer da ist noch einer oh ich habe keine Keule in der Hand hey mach ihn doch mach doch was hier unten ist noch einer ich sehe ihn aber nicht jumpshot muss kaputt gemacht werden hier sind überall welche da gute Nacht oh 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 hallo ist Bucky da unten du weg wo noch wo noch wo noch wo noch ich sehe nichts hallo wo soll er denn sein ich checke hier gar nichts den habe ich schon gecheckt Alter das fliegt geht mir richtig auf den Sack geht mir richtig auf den Sack geht mir richtig auf den Sack ich weiß nicht warum er ist so gestreckt von was er hier macht was er vorhat und tschüss und tschüss was hat er vorgab ich checke immer noch wo die Gegner sind ach da oben ja tot muss ich auch mal wieder heilen bisschen mehr der rett mich richtig auf dort was hat er vor was mach ich hier boah Alter jetzt wirds eklig jetzt wirds eklig jetzt wirds eklig jetzt wirds sehr sehr eklig jetzt wirds sehr sehr eklig dich mit mir hier zick zack zack tschüss und tschüss tschüss haben wir noch gelärmt schon einmal so was muss ich jetzt suchen überhaupt hier hier was da ist doch was zack ja geh mal da rauf der nervt mich gute Nacht wenn ich das schon mal mit her warte doch mal eben ab lass mich doch erstmal jetzt einsam hier Tiga Mataschan oder Tiga Mataschan sage ich da hier Bruder gön dich doch mal Fleisch man hast du verdient jetzt. Hast du ja verdient. Zack, zack. Guter Mann. Das ist ein Feuerbegleiter hier. So muss das sein. Hier, das brauchen wir auch. Wichtig, auch wichtig. Heilen, auch nicht vergessen. Ob wir die jetzt alle looten müssen, weiß ich auch nicht. Ne, wir sammeln mal einfach direkt hier dieses Knochenstaub da ein. Diesen Knochenstaub. Knotton. Hä? Brennt auch zwischendurch einfach hier an, weil ich durch Lagerfeuer laufe. Was soll ich machen? Warum ist das so? Achso, das war die... Hier ist auch noch was. Hab ich übersehen. Da, da. Und ey, jetzt haut doch mal ab, Mann. Ey, der steht nur im Weg rum. Ich dreh gleich durch hier. So, und wo ist jetzt noch was? Hier hoch. Aber alle weggeknallt. Nein, das war eigentlich nicht schlecht gemacht, finde ich. Gelöst. Würde ich mal bauten. Morton. Knochenstaub. Ach, krass. Entkommen aus dem U-Bahn-Lager, okay? Dann würde ich mal sagen, ich geh auf die hoch. Und gute Nacht. Und tschüss. Und tschüss. So, ich satt so noch. Ja, easy. Habe ich mir den Weg einmal in mein Leben gemerkt und dann ist das so wichtig und richtig. Wie geil. Ja, war doch eine geile Mission und haben wir schnell durchgebracht. Mal ein bisschen Kopf benutzt. Sollte man das öfter immer machen. Aber was haben wir denn jetzt mal für Aufträge hier? Ist ja viel wichtiger. Da haben wir wieder einen Auftrag. Dann gehen wir da mal eben zurück. Und wir sehen uns, wenn wir da in unserem U-Bahn-Lager sind. Äh, Wanger, sorry. Da sind wir auch schon wieder. Und wir können jetzt, glaube ich, zu diesen Typen gehen. Zu Ull, oder wie er heißt. Ich sag immer Ull, aber das zägt gar nicht, glaube ich. Auf jeden Fall können wir zu ihnen gehen und ich, glaube ich, diesen Knochenstaub geben. Das machen wir mal eben. Da ist er immer noch. Jetzt hat er ja seine eigene Hütte bei uns bekommen. Ich habe seinen Kopf aufgespalten. Besser ist das nämlich. Da ist er doch wieder. Alter, er ist riesig, ne? Da heißt er, da. Aber er hat sich geheilt irgendwie wieder anscheinend. Sein Schädel ist normal. Malchassar. So, bevor ich jetzt hier auch zurückgehe, ist die Frage. Ich glaube, ich muss hier was verbessern, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Oder wir machen halt so ein Lager fertig, ne? Oder? Ich glaube, wir gönnen uns heute mal den Schneeblutwolf, ja komm. Den gönne ich uns heute mal. Dann sehen wir uns, wenn wir vor Ort sind. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Jetzt müssen wir mit den Kollegen da besprechen. Oh, oh. Da war er schon. Der Wolf. Das Umfeld. Alter, das ist schon echt eklig gegen die. Wolf heute erstmal. Wolf heute. Habe ich. Ist nicht so geil. Er ist auch schon ein bisschen geschädigt, aber. Die laufen manchmal. Was ist denn hier los? Gar nichts anscheinend. Aber wo sind die Hinweise? Hier, komm mal her. Ja, ich lauf uns hier mal her. Komm mal her. Heil dich, ja. Nerv nicht, Mann. Ich will jetzt mit dir da hinlaufen. Reiten. Danke. Da ist er lang gelaufen auf jeden Fall. Hinterher, hinterher. Da. Was ist jetzt? Sehe ich schon irgendwo da? Der, der, der? Ne. Wo ist der? Alter, Hilfe. Was ist hier auf einmal los? Hier ist irgendwas. Lass mich da in Ruhe. Man faltet euch da erstmal gegenseitig, ihr scheiß Tiere. Easy learn. Ja, meine Herren, ey. Wenn die es unbedingt wollen, ey. Wenn sie es unbedingt wollen. Suchen. Suchen. Alter, jetzt snafft der auch noch. Ich glaub das nicht. Das ist jetzt hier. Vielleicht muss ich das so machen. Untersuch nicht. Jetzt kommt der angesprung. Nichts Bestie halten. Ich will dich halten. Oh, nervt das. Bisschen. Oh. Oh. Ein bisschen. So weit wollte ich gar nicht runter, aber. Alles klar. Kann man mal machen. Da ist er. Das ist auch noch schlimmer. Ich hab dich genau gesehen. Er denkt auch mal, sieht die nicht. Ich hab Auge für die Situation. Lass mich mal halten. Guck dir halten. Zack, zack. Ja, wie lange braucht er? Übertreibt er nicht. So, da ist doch wieder was. Sag doch mal. Was ist jetzt denn los? Danke, danke, danke. Danke. Dafür ist er da. Dafür ist er da. Ach, Digger. Hau doch ab. Ich bin Angst vor mir. Zieh doch, Lapo. Da geht's lang. Hier runter ist er laufen. Passiert überhaupt durch in meiner Berne? Jo. Hier ist ein Hinweis wieder. Absetzen. Mal versuchen. So, wir raten, Leute. Wo bist du, mein Freund? Hallo. Was ist denn? Komm mal her. So, weiter geht's. Lassen wir mal gescheit in Ruhe. Oh, das Viech kann nicht schwimmen. Das ist das Problem hier. Tigre. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Was soll denn das? Mein. Hey, komm da raus. Untersuch hin. Untersuch hin. Alter, wie weit? Ja, jetzt da lang und da ist er nicht. Komm her. Safe hier ist er nicht. Komm, anderen ist er. Spurenfolge. Komm. Hilf mir. Das ist auf jeden Fall nicht. Dickweilager. Das ist safe auch nicht, oder? Oder? Oh, ich komm hier nicht so hoch. Ich geh gleich durch. Wo ist der denn? Hier kann man eine Falle auf jeden Fall platzieren. Das machen wir mal. Zack. Dann. Noch hier. Zack. Äh. Ja. Und wo kann er jetzt sein? Oh, ich hör doch schon was. Ich hör doch schon was. Ja, welche Hinweise, Mann? Ich checke nichts. Da? Da, da, da. Er weiß was. Ey. Was ist denn? Mammuthaut. Ich will ihn freimachen hier. Der weiß doch was. Kommt der jetzt, oder was? Was heißt denn, weiß? Weiß ist nicht aktiv. Lege Fallen oder so. Dann wird es schnell. Ich will Quallen erstmal, ich will Quallen, wenn ich es schon mal jetzt noch kann. Kann ich hier noch irgendwas, äh, Billow feilen? Auch, scheißegal. Zack, überall hin, ja. Wenn ich wüsste, wo der ist. Wenn ich wüsste, wo der ist. Ach, da ist er. Selbst, der rennt einfach nur weg die ganze Zeit wieder. Da kommen auch schon andere Viecher an. Das Ding ist schon tot. Beide tot. Falle, er geht nur einmal anscheinend. Der Wolf. Da ist er. Wo ist er? Da oben läuft er. Komm, 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 komm. Mann, die habt ihr noch nicht einmal gesehen. Vielleicht will ich ihn auch gar nicht sehen. Da ist er. Greift er mich jetzt an? Ne, er rennt weg. Da haben die Fallen ja richtig was gebracht. Heftig. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Oh mein Gott. Oh, Alter. Hilfe, Hilfe. Reif ihn an. Ihr, Nick. Die haben weg, oder was? Heftig. Heftig. So einfach geht das. Wozu habe ich denn diese Scheiß fallen gelegt? Was ist denn das für eine Frechheit? Er rennt einfach woanders lang. Wozu? Wenn er da nicht langläuft, bringt mir das auch nichts. Oder muss ich ihn angreifen und dann wegrennen vor ihm? Sinnloser geht das auch gar nicht, oder? Machen wir das noch schwerer als es ist. Aber komm. Oh, Leute. Du musst ja noch mal ganz hinrennen. Ja, komm mal her. Komm her. Komm her. Ja, geh in die Schneeblutwolf. Du kennst schon. Mano, 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 Mano. Wo ist er aber von Anfang an? Das würde ich gern wissen. Wir wissen ja, wie es geht. Naja, schon direkt da. Okay, okay. Das ist gar nicht so verkehrt, würde ich mal behaupten. Nimm einen Bogen. Langen Bogen. Doppel Bogen wäre natürlich besser. Mann, ich stecke auf dich drauf. Ach Mann, ey, mal dieses wird heilen. Komm. Lass mich reiten. Jalla. Alter, wie viele Hölfe sind hier. Tschüss. Tschüss. Was machen die mit mir? Alter, was machen die mit mir? Was machen die mit mir? Mein Krieg ist auch gleich tot. Alter, die Bienen sind da bei denen. Oh Mann, ey. Lassen wir erstmal weg hier. Wie lösen wir das? Guck mal, da sind die auch noch einfach. Highline, 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 highline. Boah, das Viech ist echt heftig, muss ich sagen. Das ist schon krank. Wie soll man das besiegen? Einfach ohne, wenn ich was hier. Was schwierig zu aimen, auch. Was ist das denn? Er rennt weg auf einmal, oder was? Alter, ich bin... Die ganze... Oh no, oh no, oh no. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Oh, das war stark. Aber das ist immer noch nicht gut. Mann, das ist doch kacke, Mann. Was soll ich denn hier machen? Oh, 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 oh. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Ey, ich muss diese anderen Viecher erstmal kennen. Oh, ich schieße alles daneben einfach. Brauch nur die Idee. Das muss ich mal eben... Alles herstellen. Oh, ich hab nicht mehr viel. Ich hab nicht mehr viel. Er greift den Schneeblut die ganze Zeit an. Guter Mann. Kann ich den hier anzünden, doch. Komm, komm, komm. Hol ihn dir. Hol ihn dir, hol ihn dir. Ich brauche nicht mehr so viel machen. Er heult schon wieder. Perfekt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Was kann ich jetzt machen? Er brennt einfach. Heulten? Ich wollte ihn eigentlich... Was? Das war nur einer? Wie jetzt? Jetzt muss die anderen auch noch... Zwei Stück noch? Ich brauche mich doch verarschen. Wir sehen uns, wenn wir vor Ort sind auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind da wieder angekommen. Ich hoffe, dass es nur einer diesmal. Aber hier ist alles. Oh, da kann ich schwimmen. Nein. Da kann ich schwimmen. Das ist doch dumm. Hartholz. Ich habe kein Hartholz. Mein Vieh stirbt einfach. Nee, da ist es. Das kommt jetzt nicht angelaufen. Er ist der erste Wolf. Das erste Wolf. Aber wo ist dieses Vieh? Oh, es ist doch Müll, dass die auch immer dabei sind. Wie soll ich denn das schaffen, Mann? Meine Fresse, ey. Oh ja. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Zeig mir doch mal Hinweise hier, bitte. Zeig mir doch mal Hinweise. Ich sehe nichts hier. Gar nichts. Besten kill. Schon wieder sind da so eine Idioten, ey. Lasst mich einfach hoch, Mann, bitte. Ich will auch einfach nur gegen diesen Viech kämpfen, Mann. Hier ist irgendwas. Da hinten ist noch was. Leute, ey. Ich habe auch keine Muni mehr gleich. Was heißt Muni? Keine Pfeile und nix. Da läuft er doch schon. Da läuft er schon. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter, die schießen auch auf mich. Meine Fresse, da sind auch diese Viecher dabei. Ja, natürlich. 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 Oh, das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. Er hat mich auch nochmal. Hilfe. Aber im Wasser. Stark, 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 stark. Weiter, weiter. Ist ja überragend. Hey, Leute. Meine Fresse. Letzten Schneeblutgolf. Ey, nein, nein, nein. Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott. Ist ja überragend, diese Tier. Oh mein Gott. Ich brauche aber echt die Muni hier, Mann. Ohne Witz. Haben die was gehabt? Oh, ab von mir, Mann. Was nerven die denn alle immer so, ey? Meine Fresse, ey. Ich verstehe es nicht. Ich will die ja nicht mehr angreifen, aber die machen das. Aber das geht alles von denen aus und nicht von mir. Was ist das denn? Ja, komm. Wir gehen zum nächsten. 400 Meter? Wir sehen uns vor Ort. Alter, diesen Ton habt ihr gerade nicht gehört, weil ich ihn gerade nicht aufgenommen habe. Tut mir leid. Ich wollte hier aber noch mal ein bisschen in den Hartholz sammeln, bevor ich da reingehe, weil das kann die Pfeile erstellen. Das ist nicht so verkehrt, ne? Alter, was ist hier passiert? Digga, muss ich hier rein, oder was? Ja, da sieht man ja nicht. Oh, nicht schlecht. Untersuchung. Ja, super, wirklich super. Das lag jetzt auch nicht auf der Hand. Das ist ja genau hier. Ja, ich brenne. Danke, Spiel. Wieder 200 Meter laufen. Jetzt komm mal her, Mann. Das dauert so lange, Mann. Ich weiß nicht, was er da drin noch macht. Er kommt einfach nicht aus der Höhle raus. Ich muss alleine halten. Wird noch von hinten angegriffen hier gleich. Spawnt er sich jetzt nicht wenigstens zu mir, oder so? Da ist er doch. Komm her. Ja. Scheiß auf die. Die müssen jetzt zum letzten Wolf sein. Alter, warum so viele? Warum muss man drei Wölfe einfach wegkauen? Die wollen doch verarschen. So, wo ist er? Ja, natürlich. Er hat alles abgebrannt, der Wolf einfach. Er ist einfach der heftigste Wolf aller Zeiten. War auch so okay. Wollt grad sagen. Aber es sieht ja schon mal gar nicht falsch aus hier, ne? Dieses Holz. Ich sehe schon, wie hinter mir Wölfe hinterher rennt. Auf die Karte. Das nervt mich auch schon wieder richtig ab. Guck mal. Die hauen ab. Chill doch mal. Was ist das mit ihnen? Lass mich doch mal jetzt hier die... Den Auftrag mal da machen, Mann. Immer was da kommt was dazwischen. Immer kommt was dazwischen. Schneeblut tot fort. Komm her. Lass mich dich reiten. Lass mich dich reiten. So. Alles gut. War's fein gemacht. Wolf halten. Ich hab wieder keine... ...Pfeile, aber... ...gut gesammelt. Bestie heimkommt. Und lass mich schnell reiten. Lass mich schnell. Da kommt doch schon wieder was. Wo müssen wir jetzt hin? Mein Herrn ey. Es gibt doch kein Ende hier. Diese immer... Diese Reisen. Aber jetzt müsste er da sein. Oder? Überall Wölfe. Alles hier irgendwo. Überall Wölfe. Muss hier irgendwo sein. Großer. Wo ist er? Ja, wollt ihr mich verarschen oder was? Untersuchst du die Umgebung? Da ist er doch. Ich setze jetzt ab und du jagst ihn wieder. Genau. Hinterher. Und ich. Kämpfen hier irgendwie alleine durch. Weiß zwar noch nicht wie, aber das wird schon klappen. Nein. Jawohl. Gib mal den Pfeil zurück. Ich weiß noch nicht. Oh, der ist schon sehr, sehr stark. Da muss ich mit Speer arbeiten. Da muss ich mit Speer arbeiten. Aber ich heil den. 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 Ey, was ist denn das? Hilfe, hilfe. Alles gut, alles gut. Er erbt mich, er erbt mich. Er erbt mich. Er erbt mich. Er erbt mich. Hilfe. Hochhilfe von meinem Viech. Ach, noch den. Noch den. Muss ja wieder weg, weil er ist ja wieder tot. Er ist einfach nicht Speer noch drin, ey. Das ist viel witziger als alles andere. Sauber. Speer, 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 Speer. Ich kann nur einen Speer stellen, ey. Nicht reichen. Komm mal, teher, teher, teher. Hol ihn dir. Schnapp ihn dir. Er refft nur mich an. Er refft einfach nur mich an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, 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 nein. Zigzag, Zigzag. Zigzag, Zigzag. Behr, hilf mir. Behr, behr, behr. Jo, ich bin am Arsch. Der Behr ist zu kacke. Der Behr ist zu kacke einfach. Der Behr ist einfach zu kacke. Ich kann nichts machen. Mach doch mal was jetzt, man. Ich kann nicht. Ich schwöre, ich kann wirklich nichts machen, man. Ich habe... Wenn ich mich unter, ich bin weg. Guck mal, guck mal. Ja? Der Behr ist die größte Katastrophe. Wirklich. Ich habe noch nie so einen schlechten Behr gesehen. Oh, ausgedrückt. Komm, mit anzünden, mit anzünden. Ja, ja, er ist verpackt. Er ist verpackt. Jetzt muss der Sieg sein. Jetzt muss der Sieg sein. Sim. Yes. Die Folge ist mega lang, aber... Es hat sich gelohnt, hoffe ich. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Er ist da. Mit dem Streicheln beenden wir die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt mal eine längere Folge. Auf jeden Fall cool, dass wir jetzt den... Wolf haben, der sieht cool aus. Und denk mal, der ist auch mega schnell und stark. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hey. Als ob einfach... Er jetzt angegriffen wird von seinen Kollegen. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal.